Aus, 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 aus dir wird's das auch... Entschuldigung. Ja, natürlich. Boah, das kam unerwartet. Entschuldigung. Hallo, nimm es, Link. Ich schwöre dir. Ich schwöre, wenn du jetzt nicht dieses Schwein in die Hand nimmst, ich ficke deine Mutter. Hey, guck mal, was für eine coole Bewegung ich mache, um dir Angst einzuschüchtern. Angst einzuschüchtern, richtig, Daniel. Gutes Deutsch. Der soll mal weggehen. Mama, der haut mich. Mama. Ist das Rotze? Oh mein Gott. Das nehmen wir uns mal von... Mh, lecker. Mit dir möchte ich reden. Lauf keinen fremden Leuten hinterher, Link. Das können Vergewaltiger sein. Du hast das Fernrohr geliehen bekommen. Wie geliehen? Das jetzt meins hier, als ob ich dir das Thema zurückgebe. Das heißt doch nur leihen, damit es netter klingt. Ähm, ich möchte nicht nochmal. Das hat keinen Spaß gemacht. Du bist scheiße. Kackladen hier. Ich geh weg. Nein, Link, du Penner. Lass mich in Ruhe, Jungchen. Papa macht hier seine Arbeit, siehste doch. Schwer beschäftigt. So was macht man, wenn man erwachsen und reif ist. Merkt ihr das? Bitch. Depp. Was? Gut. Geht da hoch, Link. Super, braver Junge. So. Wir bleiben angepresst. Oh, da hat er aber einen stylischen Blick drauf hier. Lady Killer. Sein Name ist... Link. Link, Link. Was? Du willst an Bord unseres Schiffes? Ja, Mutafika. Na? Was sagst du zu meinem Kleid? Selten und hübsch, nicht wahr? Eher selten. Take the bomb. And kill this. With fire. Ja, das war sehr gut, Daniel. Gut, gut, wirklich. So ein 6 Meter Sprung. Der macht Link gar nichts aus. Das macht er mit links. Ha, mit links. Link. Okay. Gute Idee, Daniel. Wirf's doch einfach darunter, wo du nicht hinkommst. Warum auch nicht?